Bakadabdi Nasir Abdi ist ein US-amerikanisch-somalischer Filmschauspieler. Leben Im Alter von sieben Jahren floh Bakadabdi 1992 mit seinen Eltern aus dem Bürgerkriegs geschüttelten Somalia über Äthiopien in den Jemen, wo er bis 1999 aufwuchs. Danach gewann die Familie bei der Green Card Lottery eine Aufenthaltsgenehmigung für die USA. Hier ließen sie sich in Minnesota nieder, wo Abdi später Student an der Minnesota State University Moorhead war. Bevor er Schauspieler wurde, verdiente sich Abdi als Chauffeur von Limousinen und Discjockey in Minneapolis seinen Lebensunterhalt. Als junger Mann geriet Abdi auch wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Am 2. Februar 2004 wurde er verhaftet, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht 21 Jahre alt ein alkoholisches Getränk erworben hatte. Da er zudem der Polizei einen falschen Namen genannt hatte, verbrachte er 90 Tage im Bezirksgefängnis von Clay County und wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 1000 Dollar verurteilt. Ein Jahr später, am 1. Juni 2005 wurde er wegen Kreditkartenbetrugs zu einer Gefängnisstrafe von 200 Tagen ebenfalls in Clay County verurteilt. Am 18. August 2012 wurden Abdi und ein Freund in Black Hawk County im US-Bundesstaat Iova wegen des Besitzes von Marihuana und Kat Strauch verhaftet. Später wurde das Verfahren von den Strafverfolgungsbehörden von Iova eingestellt. 2013 konnte er für eine Hauptrolle in dem auf Tatsachen beruhenden Filmdrama Captain Phillips gewonnen werden. Für seine Verkörperung eines somalischen Piraten wurde Abdi, für den es seine erste Filmrolle war, mit einem BAFTA Award ausgezeichnet. Außerdem wurde er für zahlreiche Filmpreise nominiert, darunter den Screen Acta Skilled Award, den Golden Globe Award und den Oscar. Filmografie, 2013, Captain Phillips, 2015, Hawaii Five Null, 2015, Eye in the Sky, 2015, Wolf Hu Kiteboy, 2016, Der Spion und sein Bruder. Auszeichnungen, 2013 BAFTA Award als bester Nebendarsteller, 2013 Black Real Award als bester Nebendarsteller, 2013 Black Real Award. Bester Newcomer, 2013 Capri Breakout Actor Award, 2013 Boston Society of Film Critics Award for Best Supporting Actor, 2013 Dallas Fort Worth Film Critics Association Award als bester Nebendarsteller, 2013 London Film Critics Circle Award als bester Nebendarsteller, 2013 National Society of Film Critics Award als bester Nebendarsteller, 2013 Nominierte Cadillac, der 첫net dem Film Critics Award als bester Nebendarsteller, 2013 Nominierte Academy Award als bester Nebendarsteller, 2013 Nominierte Award als bester Nebendarsteller, 2013 Nominierte Awards Sirkwe Community Award als bester Nebendarsteller, 2013 Nominierte Bad Film Critics Association Award als bester Nebendarsteller, 2013 nominiert Chicago Film Critics Association als bester Newcomer, 2013 nominiert Dallas Fort Worth Film Critics Association Award als bester Nebendarsteller, 2013 nominiert Denver Film Critics Society Award als bester Nebendarsteller, 2013 nominiert Detroit Film Critics Society als bester Nebendarsteller, 2013 nominiert Georgia Film Critics Association Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Appear Awards als bester Newcomer 2013 nominiert Gold Derby Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Golden Globe Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Houston Film Critics Society Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert MTV Movie Award als bester Bösewicht 2013 nominiert National Society of Film Critics Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Online Film Critics Society Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert San Francisco Film Critics Circle Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Screen Actors Guild Award als bester Nebendarsteller 2013 nominiert Sanct Louis Gateway Film Critics Association Award als bester Nebendarsteller